So sieht das der Trainer gern. Immerhin, sie haben sich noch nicht ganz aufgegeben. Ich weiß nicht, wie viele Chancen die gehabt haben. Irgendwie tendierte das G-Null. Und jetzt machen die so ein Ding aus dem Nichts. Selten stimmte dieser Satz so extrem man nie. Ein Tor auf Ersebalde vollverarbeitet. Und was für ein Tor! Ein wunderbarer Treffer. Das nennt man dann wohl Kopfballstelle. Und jetzt warten wir mal ab, ob er vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Und der Ball springt von der Latte hinter die Linie. Da kann der Kipper nun gar nichts machen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Sie legen deutlich und klar vor.